Für auch unseren Radiosender. Jam.fm. Meinung zu. Also, was würdest du denn meinungsmäßig zu Aliens sagen? Aliens, Meinung. Ich würd mich freuen, wenn die mal vorbeikommen würden und mit mir ein Bierchen trinken würden. Echt, ja? Hättest du nicht Schiss irgendwie, dass die vielleicht sagen, ey, komm, den Bums übernehmen wir? Ich bin eigentlich immer eher ein optimistischer Mensch und deswegen, klar, kann natürlich sein, dass die die Welt auseinanderbrechen. Kann aber auch sein, dass die zwei Welten aus uns machen und wir einfach hin und her hoppen können. Okay. Meinung zu. Achso, falscher Knopf jetzt. Meinung zu. Was sagst du zu Nachos? Nachos ist offiziell. Ich mach die ganz gerne, auch so mit Cheese und so und mit so Pickels drauf und so. Weiß, wie's läuft. Ja. Sehr gut. Und Guacamole. Natürlich, klar. Meinung zu. Bushido. Der ist jetzt wieder zurück. Bushido ist doch so ein Berliner Rapper, oder nicht? Ich hab da auch was gehört, ja. Kommt da, glaub ich, aus der Idee. Macht der noch Musik eigentlich? Ich hab da was letztens gesehen, ja. Ich hab da irgendwie nicht mehr so viel mitbekommen. Hast du nicht mehr mitbekommen? Nee, nee, nee. Irgendwann hat er mal irgendwie Ärger gehabt und dann ist er irgendwie untergetaucht. Ja, ich weiß noch, oder ich bin in meiner Filterblase hängen geblieben und hab nichts mehr mitbekommen. Okay, okay. Ja, also kann man mal gucken. Also da findet man, glaub ich, jetzt grad was. Ah, okay, okay. Meinung zu. Freizeit-Parks. Ähm, pfff. Kennt ihr das, wenn man sich so Karussell von einmal im Kreis dreht und mal einer bewegen schlecht wird? Das hatte ich früher immer, aber dieses von oben nach unten, das konnte ich immer ab, so Schiffschaukel. Oh. Das kann ich, ich war jetzt hier letztens gerade in der Schiffschaukel und ich bin jetzt übel schlecht geworden. Also Schiffschaukel geht nicht und alles, was sich so geht, oder? Nee, irgendwie weiß ich auch nicht. Aber Achterbahn und so mit Loop-Bank-Songs? Nee, auch das war so, okay, nee, ich bin irgendwie so, was ist denn jetzt los irgendwie? Das konnte ich früher, konnte ich das machen. Jetzt kann ich so, Bro. Meinung zu. Powerbanks. Da habt ihr auch einen Song, glaub ich, auf der Platte drauf. Ich hab gerne so eine Powerbank dabei, weil ich wirklich meinen Akku echt jedes Mal leer mach. Am Hälfte des Tages ist es schon wieder alle und ich bin genervt und sitz in der Bahn und hab keine Power mehr auf meinem iPhone. Und deswegen hab ich immer eine Powerbank dabei. Schaut jetzt an die Powerbanks. Meinung zu. Fridays for Future. Das ist unglaublich wichtig, dass die sich da engagieren und ich bin bei den Jugendlichen und den Wissenschaftlern auf jeden Fall dabei. Die Welt muss sich wandeln, die Welt wird immer heißer und das ist ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Stein, um die Umwelt nicht zu zerstören. So sieht's aus. Meinung zu. Jam.Fam. Mega geiler Radiosender. Ich bin richtig froh. Unsere Musik passt unglaublich gut zu euch. Spielt wirklich viel Musik von uns und wir werden gute Freunde werden. Mach das clever, ey. Krupplik Joe. Nice, oder? Meinung zu auf Jam.Fam. Deine Nummer 1 für neue Musik.